Applaus Wir kommen jetzt zu etwas, was nicht nur kleine Mädchen niedlich finden oder auch, was sie beeindruckt, was alle Menschen sehr beeindruckt. Wir kommen zu den Flying Steps. Das ist eine Gruppe, das sind Tänzer aus neun verschiedenen Ländern. Nein, neun Tänzer aus verschiedenen Ländern, nicht neun verschiedene Länder. Sie kommen von der Straße, sie kommen aus Berlin Wedding und sie haben etwas vereinfacht gesagt, das folgende gemacht. Sie tanzen anstatt sich die Rübe einzuhauen. Könnte man so sagen. Es gibt diese Battle of the Years, da tanzen Leute gegeneinander, könnte man sagen. Und da machen sie seit vielen, vielen, vielen Jahren die ersten Plätze. Ja, das heißt, Battle ist aber sehr friedlich. Genau, es tanzt nämlich. Bei der Expo haben sie den ersten Preis gemacht. Die spezialisieren sich auf sehr hübsche Tänze, das musste ich hier ablesen. Popping. B-Boying, Locking und Popping. Das heißt wirklich Popping. Also ich bin sehr gespannt, was das ist. Was das Besondere an denen jetzt ist, das ist nicht nur, dass sie tanzen, dass sie das auch, was sie in den Jugendhäusern in Weddingen, was sie da alles gemacht haben, das geben sie auch noch wieder weiter an andere junge Menschen. Sie haben jetzt auch einen großen Hit, also sind im Moment auf Platz 32 der Charts, der Hitparade. Und mit dem Titel sind sie dann auch jetzt hier. Und der heißt nämlich... Breaking it down. Die Flying Steps. Und hier sind die Flying Steps. qué courtes She's the rockin' nation breaking it down. Here's the rockin' nation breaking it down. Rocket nation breaking it down. Rocket nation. Das war's. 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 Das war's.